Willkommen zurück zu CD Skylines lassen wir laufen so wir haben ein Problem mit dem Müll die Frage ist jetzt soll ich auf die tausende Einwohner warten oder nicht wir lassen dann dann Verwendung doch schon 15 von 15 was braucht ihr mal nicht genug gebildete Arbeiter mhm das wohl geht denn der Radius in der Schule das nimmt eh noch alles mit wir sind da drinnen 600 die noch mehr aber recht viel mehr gehen da eh nicht hin als 600 wie sieht es denn eigentlich aus ja man sieht die da hinten ich glaube ich nicht sofort dass die da ist aber ich habe hier mal eine Schule und hier noch eine Oberschule das muss reichen ja reicht von der ok die haben wir gerade richtig gebaut die habe ich gerade richtig gebaut es sind auch schon 512 512 da auch 523 das passt von dem her von dem her passt es ich muss noch kurz schauen wie ich die Einwohner kriege da die paar tausende, dass ich die Verbrennungsanlage kriege aber das werde ich schon hinkriegen aber das werde ich schon hinkriegen so schon Gewerbe bauen sie hier auch schon, das ist gut Müllproblem haben sie, ja ich krieg davon, weil sie zu steil jetzt nicht sind deswegen muss ich halt warten die brauchen Arbeit, ok wie viele haben wir denn da da kann man ja da gucken, aber 2% ist eh gut ja ich brauche mir da noch kein Krankenhaus oder soll ich eins bauen? ich könnte was hinstellen da oben vielleicht hm warum nicht? wenn wir das Geld haben, aber wir haben da gerade was hingestellt würde hier keinen Sinn machen würde hier keinen Sinn machen weil ich gerade so viel hingestellt habe ich könnte ja noch mal so arbeiten, oder? in so schrägen Straßen warum eigentlich nicht? oder? ja warum mal nicht sowas machen? probieren kann man ja auch mal probieren das passt gerade auf den Winkel nicht und dann könnte ich dir mal versuchsweise hier hinbauen natürlich geht es nicht jetzt geht es dann was hier her das hier her dann dich und dich warte mal dafür habe ich echt zu wenig hm komm her warten warten ja ein bisschen was geht noch ich könnte mal die Rohre verlegen bis sich das ausgeht kann ich mir leider noch nicht leisten da können sie wohnen dann können sie bauen genau 2000 40000 ok ich kann es mir leisten will man hier wirklich wohnen ja machen wir mal hin da genau paar wohnungen und dann hier polizeistation genau kann ich da hinbauen genau ok ok hm was haben wir denn nachfrage geht runter das ist gut so schule haben wir da noch genug kapazität ok da ist noch genug ja das ist jetzt voll das ist blöd aber ok aber ok das gehe ich schon noch mhm dann können wir hier eine neue Linie bauen die geht hier dann hier runter hier ähm fahrt hier rein oder dann da 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 dann da runter noch oder 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 da rein hm nee fahrt da runter bleibt dann halt hier stehen dann hier ja hin hier hier wo noch ähm vielleicht hier macht dann größer noch mal hier stehen und da rüber genau dann fahren wir mit dem bus ist ganz nach oben oder ja da ist echt keine halbe schlimme ok 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 dann wohin jetzt ähm da einfach noch da her da rein ähm das macht den da dann noch da 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 für die zwei stationen die hier noch hier hier und ja hier für die für die hier die hier dann noch da zurück und dann fahren wir so zurück genau da ist keiner dann halt das schnell mehr oder nein und mehr äh kriege ich die noch hierher ja so genau so das ist auch der hier oh 200 habe ich hier schon das geht schnell ist aber auch gut so 26 äh brauche ich noch wie viel 1000 900 900 genau das kann ich da noch kann man vielleicht ein paar Bibliotheken noch hier drüben eine hin und hier vielleicht noch einer da geht es auf jeden Fall nicht geht es hier dann müssen die halt weg ja das ist halt so dann ist es wie viele stehen denn da jetzt mal da stehen echt viele da stehen halt echt viele das ist halt viel ok mal beobachten mal beobachten mal beobachten das sieht ganz nah aus dass ich noch eine zweite brauche ja hilft nichts muss ich bauen nicht nicht genug gehen so die werden wir leeren und dann abbauen das das mal so da sind ok es passt sind das schon 15.000 15 15 15 45 ok das passt so ich hoffe dann ziehen auch wieder mehr ein mal gucken wir bauen jetzt einfach mal wieder Friedhöfe die 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 was hast du denn problem gegen den boden nicht wird gar nicht da vielleicht irgendwo konnte man den sieben am liebsten Bodenrichtung mit Musik ganz ja ich kann noch was hinbauen zum kassel hier reicht ihm das schon dann halt noch irgendwas oder hat es gereicht ja hat gereicht hat gereicht okay aber dann kriege ich dann die verbrennungsanlagen ab 17.000 ok das dauert noch 17.000 das ist erstmal nicht normal aber das kostet mir auch nur 8.000 hilft ja nicht zu ja einfach dann sowas geht passt dahin das ist gut wir fangen da raus da fahren jetzt hier raus das ist das ist das raus dann gucken wir haben zu wenig kunden in der linie haben sie schon fahren und auch 30 fangen das ist eh gut und herrscht nicht dann weiß ich nicht warum die zu wenig kam aber wenn die bevölker steigt haben sie eh wieder was steigt sie naja gerade nicht so richtig das soll sie machen 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 kann nicht so viele vorbeigefahren aber nimmt keiner was nützt ja dann machen wir das wahrscheinlich 70 prozent ok ok ja okay es muss auch passen zu auch schon ein paar aus erziehen 12 ja dann wahrscheinlich auch oder ja 15 60 65 das passt die 1 90 müssen sein das muss eh passen, kein Problem, dass es so ist, sollte jetzt wieder gehen, obwohl die natürlich, klar, weil jetzt alle noch hier sind, sind dann seit hier, wir kommen gleich dorthin, holen das ab und dann passt das. Das geht ja noch, das sind 6 und 4, die haben 0, die haben auch 4, ok, die haben 0 und die haben, ja, 25, ok, haben die hier, die haben 0 und die haben, ja, 25, ok, haben die hier wo ist die, ja, da, 0, 0, 8, vorher brauchen wir das gar nicht mehr, das ist auch gerade 0, aber es geht nicht mehr, so verkehrt, wie viel Prozent, ja, wie immer bin ich, 81, 81, 80, ich könnte die noch breiter machen, die Straße, jetzt muss ich fast machen, genau, die kann man halt übersetzen, die kann ich auch eigentlich da ersetzen, oder? Ja, geht natürlich auch. Ah, Gefälle zu steil hier. Stoppen. Das nochmal wegnehmen. Das ist echt. Da ist sowieso die Weg. Komm ich da runter? Ja. So wird's gehen. So nimmt der Spiel das Ganze. Dann. Dann. Ah, klar. Aber mal bauen. Was ist dein Weg? Was soll da lieber hier drin sein? die geht auch die kriege ich dann wegen der straße bis jetzt ja nicht da irgendwie rein wir haben wird es halt nicht einfach das geht ja auch hier hier noch was machen wir noch da und da kann man ja halt über das hier machen und durchziehen vielleicht ist es schon drinnen und auch so ok dann noch mit dem drüber hier was drüber hier noch was rein hier brauchen wir noch was da ist alles gemacht da oben noch da unten noch das kleine stück das habe ich noch nicht gemacht genau das ist der passen und das oben habe ich schon gemacht was sagen sie okay dann Ampeln Ampeln weg weg damit dann die weg die weg die weg oder die waren hier die friske das ist halt viel breiter muss ich nicht machen das sieht ein bisschen komisch aus wie fahren die da eigentlich sieht das so komisch aus äh ok das sieht hier ein bisschen komisch aus danke fürs zusehen bis zum nächsten Mal tschüss 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 tschüss